Das war von solcher Bedeutung, auch wenn es darum ging, Informationen weiterzugeben. Es war zum Beispiel auch eine Geschichte, die wir gehört haben vom Steinhauser Bär. Da gab es zum Beispiel die falsche Kartoffel, die auf dieser Anhöhe von 1000 Meter angebaut wurde. Es gab deshalb Hunger. Und dann kam der Radio Bäromünster und hat informiert, auf dieser Höhe müsste diese Kartoffel, er hat so den Hunger verhindert und so weiter. Also es sind so Geschichten und Geschichten, kaum zu glauben, was da alles zusammenkommt.